Es gibt wenige inklusive Spielplätze in Deutschland, deswegen muss was passieren und wir wollen hier gemeinsam mit Pogdan Gamble und REWE einen Impuls setzen. Wir haben uns gemeinsam mit der REWE und der Aktion Mensch vorgenommen, über die nächsten drei Jahre dieses Projekt zu betreiben. Die Spendensumme ist ein ganz ehrgeiziges Ziel von einer Million Euro. Das ist eine ambitionierte Summe, die uns erlauben wird, Kinderspielplätze in ganz Deutschland damit zu unterstützen. Für uns gehört soziales Engagement zu unserer Grundsätze, zu unserer DNA und deshalb sind wir sehr froh, da unterstützen zu können. Ich glaube, zusammen als zwei großen Firmen ist es unsere Verantwortung, sozial engagiert zu sein. Die Kinder sind die Zukunft und ich glaube, dieses Projekt ist sehr schön, weil wir können Kinder zusammentunen, mit Behinderung, ohne Behinderung. Der Spielplatz ist eine totale Bereicherung, weil endlich alle Kinder einen Platz haben, wo sie spielen können. Es geht darum, dass sie bestimmte Fingerfertigkeiten in Anspruch nehmen, Sachen, wo sie lernen, mehr Balance zu halten. Dass es einfach Menschen mit jeglichen Möglichkeiten und Fähigkeiten zusammenbringt. Kann man mit allen zusammenspielen. Auch wenn man keine kennt, kann man neue Freunde finden. Also die Aktion ist gut, einen Spielplatz zu bauen, wo Rollifahrer und andere Menschen gleichermaßen spielen können. Das ist nämlich sehr einfach. Immer dann, wenn ein Produkt aus unserem Portfolio bei Rewe gekauft wird, automatisch eine Spende von einem Cent pro Packung zur Verfügung gestellt wird. Mit diesem bisschen Stück Unterstützung wird etwas Großes. Kinder sind einfacher als erwachsene Menschen. Sie fragen nicht, was jemand kann oder was er nicht kann. Und deswegen ist das Zusammenleben von Kindern, egal welcher Couleur, wichtig, damit sie sich kennenlernen und damit Vorbehalte gar nicht erst entstehen. Und wir wollen, dass Inklusion von Anfang an gelingt. Und wo kann man einfache Inklusion lernen als auf dem Spielplatz? Das ist der beste Spielplatz! Das ist der beste Spielplatz! Die Spiele mit Körnlich Role Gra輯 1 Untertitelung des ZDF, 2020